Next speaker, Mr. De Masi. Frau Präsidentin, Herr Präsident Draghi, lieber Ramon, nichts ist gut in der Eurozone, insbesondere nicht für die von Herrn Lucke angesprochenen arbeitslosen Jugendlichen in Portugal, Griechenland oder Spanien. Die USA haben nach der Krise eine expansive Fistballpolitik gemacht und Banken unter staatlicher Regie rekapitalisiert. In Europa hat man Banken zum Nulltarif gerettet, öffentliche Investitionen, Löhne und Renten gekürzt. Seit Jahren verfehlt die EZB daher ihr Inflationsziel. Das billige Geld landet auf den Finanzmärkten nicht in der realen Wirtschaft, weil Banken wegen fauler Papiere sowie der unzureichenden Investition kaum Kredite vergeben. Die erneute Verpackung von Schrottkrediten über die Kapitalmarktunion ist aber absurd. Denn es geht dabei nicht um den Mittelstand, es geht darum, die faulen Papiere aus den Bilanzen zu kehren und wie heiße Kartoffeln weiterzureichen. Finanztabilität und Wachstum sind aber kein Widerspruch. Es war doch die Finanzkrise, die uns ein verlorenes Jahrzehnt beschert hat. Die Deutsche Bank ist weiterhin die gefährlichste Bank der Welt. Die italienischen Banken haben erhebliche Probleme und auch die Versicherer sind ein Systemrisiko. Deswegen brauchen wir öffentliche Investitionen, um die Zinspolitik zu normalisieren. Und es war eben ein Fehler, so viele Menschen in die private Altersvorsorge zu drängen. Wir brauchen daher harte Strukturreformen für Banken statt für Rentner oder Beschäftigte. Die Deutsche Megabank muss aufgespalten werden. Die EZB muss öffentliche Investitionen unterstützen, denn die deutsche Regierung verstößt mit ihren Leistungsbilanzüberschüssen von 8% des BIPs weiterhin gegen die Spielregeln. Die Erpressung, das Abtreten des Euros, wenn Regierungen wie in Griechenland die Löhne und Renten nicht kürzen wollen, ist mit dem Mandat der EZB unvereinbar und muss sofort beendet werden. Vielen Dank.